So Freunde, ich bin auf Lukas am warten, hier an der Haltestelle und ich bin mega, mega müde, denn ich war um 4 Uhr im Bett, jetzt haben wir kurz nach 8 Uhr und Lukas hat einen Friseurtermin um 11 Uhr und wäre es zu spät, ich nicht. Ich habe ihn endlich gefunden, ha, da ist er. Wir haben es noch geschafft zur Bahn, zwei Minuten kamen sie, aber das wollte ich jetzt nicht filmen, weil die Bahn war wieder mega fullpacked und extrem voll und voll viele Leute und schreiende Kinder und alles was man nicht haben möchte in seinem Blog, deswegen habe ich das jetzt mal gelassen, wir sind jetzt am Friesenplatz, also auf den Ringen und ich würde sagen erstmal Kaffee. Wir sind heute tatsächlich das allererste Mal seit, wieviel Jahren, seit bestimmt mindestens 5 Jahren oder so, mal wieder zusammen shooten, so richtig. Das letzte Mal war es für Parcours, ja. Das letzte Mal war, für alle die es nicht wissen, ich bin ja, da gibt es glaube ich auch auf meinem Kanal noch ein, zwei Videos. Wir sind professioneller Parcours, wir sind Parcours-Lifer gewesen. Richtig geil, checkt mal die Sachen aus, 2014, da ging es richtig ab. Das ist die netteste Kaffeebedienung der Stadt, hier bei... Meine beste Freundin arbeitet bei Starbucks, das ist jetzt ein bisschen, aber hier ist tatsächlich, aber tatsächlich hat sie mir den Laden hier gezeigt, also hey. Ja, bitteschön. So, die bezaubernde Talia hat uns gerade einen Kaffee gemacht, bei Gloria Jeans aus den USA, wie sie uns gerade erzählt hat. Wir haben gerade ein richtig gästlich geiles Shooting gehabt, denn der liebe Lukas, wie man sieht, hat noch die langen Haare, aber die kommen jetzt weg. Denn wir gehen jetzt zum Barbershop und genau, wir haben jetzt ein paar geile Bilder gemacht. Ich glaube, das eine oder andere werde ich jetzt mal einblenden von Lukas in seiner wallenden Assassin's Creed Männer-Mähne. Wow. Männer-Mähne. Genau, jetzt geht es zum Friseur. Ich würde sagen, let's go. Da war es, das ist der Mann. Mach mal schauen. Du musst noch auf die Uhrzeit achten, wegen dem Bier jetzt hier. Das Bier wollte ich ja nicht aushalten. Das Bier wollte ich ja nicht aushalten. Das Bier wollte ich ja nicht aushalten. Just because we are in the Barbershop. Das Bier wollte ich ja nicht aushalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.